Twilight Star Callen Lutz findet der beste Weg um seine Kollektion zu verkaufen ist es, sich einfach selbst in den Fummeln ablichten zu lassen und dabei so wenig Haut wie möglich zu zeigen. Der 29-jährige Schauspieler startete seine Modelinie schon 2011 mit schlichter Alltagskleidung für Männer und Frauen. Die Schauspielerei setzt er aber weiterhin fort. Das nächste Mal auf der Leinwand zu sehen ist er neben Legenden Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger in The Expendables 3, der am 21. August in die deutschen Kinos kommt.